Das Schicksal schlägt oft erbarmungslos zu. Von heute auf morgen ist plötzlich alles anders. Das Leben steht auf dem Kopf. So auch bei Familie Krautgartner. Der kleine Lorenz ist seit Geburt an körperlich beeinträchtigt. Schuld daran Sauerstoffmangel während der Schwangerschaft. Es war eine ganz normale Schwangerschaft, es war alles völlig normal, die Geburtschne. Wir haben bis zum fünften Lebensmonat von Lorenz ein völlig normales, gesundes Kind. Dann habe ich aber schon gemerkt, dass Lorenz nicht anfängt, die Hände zu bewegen, die Füße. Er ist einfach nur da gelegen, die Hände zu und einfach immer ein wenig apathisch. Und da habe ich zu meinem Mann schon gesagt, irgendwas stimmt mit Lorenz nicht. Zwei Tage vor seinem Geburtstag, vor seinem ersten Geburtstag, haben wir leider die extreme Watschen gekriegt, dass Lorenz eben Sauerstoffmangel gehabt hat in der Schwangerschaft, was keiner mitgekriegt hat. Dadurch sind die Verneibungen im Gehirn entstanden und das hat seine Motorik genau komplett mehr oder weniger kaputt gemacht. Zusätzlich dazu wurde bei ihm eine Ganzkörperspastik und ein sehr seltener Gen-Defekt diagnostiziert. Lorenz ist dadurch auf Therapien angewiesen. Was fehlte? Ein Fahrzeug, ausgerichtet auf die speziellen Bedürfnisse der Familie. Ich habe Anfang des Jahres von dem Schicksal erfahren und im Endeffekt, es ist ein Bedarf da an einen speziellen Fahrzeug, damit die Mobilität gewährleistet wird. Und das habe ich mir einfach zu Herzen genommen und muss an der Stelle auch Danke sagen an Josef Frischmuth, wo wir uns einig waren, okay, wir suchen das passende Fahrzeug. Wir sind fündig geworden und können das Fahrzeug zu einem entsprechenden Sonderpreis auch anbieten. Es handelt sich um einen Tourneo Connect. Das Auto ist für die Situation wie maßgeschneidert. Wir haben eine niedrige Ladekante, einen großen Kofferraum und hinten Schiebetüren. Also ich glaube, dieses Fahrzeug wird auf jeden Fall das Leben erleichtern. Dazu hat sich Ford Danner zwei starke Partner ins Boot geholt. Der Jakob Ostrowski ist ein langjähriger Netzwerkpartner, mit dem arbeite ich eigentlich schon lange zusammen. Wir haben viele gemeinsame Kunden und gemeinsame Projekte und mich freut es ganz besonders, dass er da eigentlich auf mich zugekommen ist. Für mich sind solche Dinge, wo ich ihm helfen kann, ganz besonders wichtig. Die LSG Leasing Service ist ja, wie der Name schon sagt, eine Servicegesellschaft, die Vertriebspartner beim Abschluss von Leasingverträgen unterstützt. Und im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist einfach der Jakob Ostrowski auf mich zugekommen und hat mir das Projekt kurz geschildert, ob wir das irgendwie auch unterstützen können. Und für mich war von vornherein ab der ersten Sekunde klar, dass wir das einfach wirklich auch so gut es geht über unsere Möglichkeiten unterstützen wollen. Wir sind wirklich sprachlos, wie uns da wirklich geholfen worden ist. Vor allem wir selber als Familie, wir haben dem gar nichts gekümmen müssen. Das hat alles der Jakob und die Firma Danner gemacht. Also wirklich, wir sind sprachlos. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die das im Prinzip möglich gemacht haben aufgrund der Motivation und des entgegengebrachten Engagements in der Corona-Zeit, weil uns sind ja im Prinzip im März de facto die Schauräume geschlossen worden. Und auf der anderen Seite aber auch ein großes Dankeschön an unsere Kunden, die das auch ermöglicht haben, weil sie unsere Dienstleistung in Anspruch genommen haben. Fort Danner hilft. Mit Sicherheit, Erfahrung und starken Partnern.